Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, erstmal will ich mich bei Senator Henkel bedanken, dass es eine Oppositionsrede zum eigenen Gesetzentwurf war. Das ist ja schon mal ein Anfang, weil der Gesetzentwurf leistet nicht einen Euro Beitrag dazu, die Gerechtigkeitslücke der Beamten zu schließen, die aufgegangen ist, sowohl zu den Angestellten als auch zu den Beamten der anderen Bundesländer. Aber das ist nicht genug der Absurditäten. Dann erfahren wir heute im mündlichen Vortrag, dass die Koalitionsfraktionen da jetzt was raufpacken wollen. Also das finde ich schon im Umgang. Also 116.000 Betroffenen zu sagen, ja, wir sind da in einer Diskussion und wir packen da 0,5 Prozent drauf und das ist doch ganz dufte. Also das finde ich ein bisschen schwierig. Also nicht mal einen Plan vorzulegen, geschweige denn also einen Antrag, wo die Finanzierung geklärt ist, sondern zu sagen, ach wir sind da auf einem guten Weg. Und ich erinnere sie noch mal daran, was sie versprochen haben. Also die SPD hat versprochen, dass für die Beamten und auch die Pensionäre 2017, nämlich dann, wenn es für die Angestellten soweit sein wird, diese Gerechtigkeitslücke geschlossen werden soll. Und Sie haben, als Sie in der Opposition waren, über viele Jahre überhaupt die Zumutung des Solidarpakts abgelehnt. Sie haben gesagt, das kann man den Beschäftigten nicht zumuten. Ja und dann, dann kamen die CDU und die Regierung, dann bekamen sie das Innenressort. Ich muss das auch so passiv formulieren. Und dann haben sie für die Besoldung, für die Besoldung der Beamten nichts getan. Nichts. Weder 2012, noch 2013, noch 2014. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und ich glaube, das finden mit mir und mit meiner Fraktion auch sehr, sehr viele Beamte, die sich sicher waren, wenn man sogar gegen die Zumutung ist, dass man dann aber schnellstmöglich eine versprochene Gerechtigkeit wiederherstellt, nämlich nach dem Auslaufen des Solidarpaktes schnellstmöglich einen Plan vorzulegen, den zu finanzieren und auch umzusetzen, wie die Anpassung an den Bundestrend dann auch wirklich gelingt. Diese Erwartung gab es. Und ich sehe immer noch in die fassungslosen Gesichter vieler Beamter, dass das bis heute und auch mit dem Gesetzesentwurf nicht passiert. Also Ihre Perspektive ist jetzt 2029. Das will ich auch noch mal. Also aus dem mündlichen Vortrag habe ich jetzt herausgehört, 0,5 Prozent ab 2014. 0,5 Prozent ab 2014, das bedeutet, dass Sie 2, also dass Sie bei 3 Prozent sind. 2,95 Prozent ist der durchschnittliche Abschluss der anderen Bundesländer. Übrigens 2013 lagen Sie drunter. Da war der Abschluss hier in Berlin 2 Prozent und der durchschnittliche aller Länder lag bei 2,4 Prozent. Also auch dazu herzlichen Glückwunsch. Da haben Sie keinen, haben Sie es nicht eingestellt, sondern da haben Sie einen Rückschritt vollzogen. Das heißt, Sie brauchen, Sie fangen erst 2015 an, erstmalig die Gerechtigkeitslücke zu schließen mit den 0,5 Prozent, die Sie heute zum mündlichen Vortrag gebracht haben. Also das ist sportlich. Und im O-Ton von Herrn Saleh heißt das dann, wir schließen die Gerechtigkeitslücke. Nein, Sie beginnen 2015 die Gerechtigkeitslücke zu schließen. Sie beginnen damit und Sie sind 14 Jahre später, nämlich 2029, damit fertig. Und das, obwohl das Land seit 2012 relevante Überschüsse erzielt und die Beschäftigten einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben. Und Herr Henkel, das fand ich wirklich, das fand ich nicht mehr witzig, das fand ich wirklich frech. Also dann in Richtung der Linken zu sagen, ein bisschen mehr Demut. Also ich glaube, dass Sie auch damals schon Politikbeobachter waren. Und 1999, ja, das konzidiere ich, ja, ich bin mir sicher, er war dabei und er wird sich auch erinnern. Er will es vielleicht nicht. Aber 1999, da hatten wir Personalausgaben, die annähernd genauso hoch waren wie die Steuereinnahmen des Landes Berlin. Das heißt, Sie hatten zehn Jahre lang mit der SPD nicht eine einzige strukturelle Entscheidung getroffen, die dem Land irgendwie Handlungsspielraum und Konsolidierungsnotwendigkeiten auch umgesetzt hat und ermöglicht hat. Ja, und dann gab es den Solidarpakt, der notwendig war und den Beschäftigten ganz viel abverlangt hat. Ja, und das war eine notwendige Konsolidierungsmaßnahme, die Sie angespart haben, die Sie sich nicht getraut haben. So, dann sind Sie dazu in Opposition gegangen. Aber wenn Sie dann jetzt nach diesem System versagen, nun erneut versagen, indem Sie trotz Steuereinnahmen Ihre Versprechen nicht umsetzen, dann finde ich das wirklich, wirklich problematisch. Und zum jetzigen Punkt ist es ja so. Ich will das gerne nochmal an zwei Zahlen machen, weil ich die eindrucksvoll finde. Die Beamten sind auch deshalb sauer und misstrauisch, weil sie auch heute hier keinen Plan vorlegen, der die Gerechtigkeitslücke beginnt zu schließen. Und ich sage Ihnen mal, was das ganz konkret bedeutet. Also im Eingangsamt A6, das sind in Berlin 1.790 Euro, ist der Unterschied zu den Bundesbediensteten, und das soll ja das eine oder andere Bundesministerium hier in der Stadt schon geben, ist das eine Differenz von 317 Euro. Und im Endamt A13 ist die Differenz 656 Euro. Im Vergleich zu den Bundesbediensteten, das sind 13 Prozent. Herzlichen Glückwunsch, haben Sie super hingekriegt.